Musik Wir möchten mit unserer neuen Tourist-Info unsere Gäste entsprechend empfangen und begrüßen, wenn sie hier vor Ort sind. Wir haben hier ganz viel Infomaterial, Stadtpläne, Wanderkarten, Radbroschüren und möchten einfach die Besucher aus nah und fern hier gut empfangen. Es soll eine Anlaufstelle sein, auch für die Einwohner aus Selb. Einfach so eine Art Infopoint mitten in der Stadt. Durchgängig geöffnet, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr und Samstagvormittag. Und ich denke, das zeigt sich heute schon, dass die Sache relativ gut angenommen wird. Unsere Ziele sind einfach Gemeinsamkeit zu zeigen, Gemeinsamkeit mit der Stadt Selb. Und wir haben die gleichen Ziele, wo es darum geht, dass wir eine lebendige und schöne Stadt schaffen wollen, eine gute Innenstadt. Musik 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 Also waren alle sehr, sehr begeistert. Essen hat gut geschmeckt, Tanz hat Spaß gemacht. Also waren alle sehr begeistert. Musik Musik Na ja, klar, mir gefällt es sehr gut. Ich bin ja Tänzerin mit Leib und Seele. Aber ich sehe auch, dass unsere Gäste, die alten Herrschaften hier sehr viel Spaß haben. Die Augen leuchten, die wippen mit. Auch wer nicht mehr kann, der klatscht und zwingt. Und ich finde das wunderschön. Es gibt so viele Mitbewohner, die heute in Erinnerungen schwelgen. Die sind glücklich. Musik 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 Musik